Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Pirat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal wieder um eine Webcam. Und zwar haben wir ja schon mehrfach Webcams getestet. Ich habe da aber nach wie vor noch ein paar Nachholbedarfe. Sagt man das so? Nein, ich habe Nachholbedarf. Und zwar möchte ich gerne mal eine 2K-Webcam testen. Ihr wisst ja, normalerweise, ich lese mal ganz kurz ab, haben wir hier eine Auflösung von 1920x1080. Das ist so bis jetzt das HD, was wir mal getestet haben. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, mal eine 2K-Webcam vom Amazon zu testen. Und da bin ich mal gespannt. Die hat eine Auflösung von 2560x1440. Die Frage ist ja nicht, unbedingt hilft uns die Auflösung weiter, sondern hier geht es ja doch hauptsächlich so gerade, wenn ich so streamen möchte und ähnliches um Helligkeit, Bild und, 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 Farbe. Und das will ich einfach mal testen, ob wir das mit einer höheren Auflösung vielleicht verbessern können. Vom Preissegment um die 30 Euro, wie alle anderen, die wir vorher auch getestet haben. Ich habe hier eine neue Lieblingscam. Das ist ja die Jollicam. Die testen wir jetzt heute nicht hier gegen die, sondern dann nehmen wir noch die alte Lieblingscam, die lötet. Das Jollicam-Video blende ich euch aber mal ein, dann könnt ihr vergleichen. Dann würde ich sagen, bis nach dem Intro. Bevor wir jetzt allerdings starten, schauen wir doch einfach mal rein, was hier so ist. Ich meine, so eine Webcam zu installieren ist Pille-Palle. Normalerweise sind die, gibt es sogar eine Anleitung, die sind halt super kompatibel. Mir geht es natürlich darum, was ist dabei. Jetzt in dem Fall sogar sehe ich gerade einen kleiner Mini-Ständer. Ich verlinke euch natürlich diesen Artikel in der Videobeschreibung. Das ist ja witzig. Ach gut, er ist auch sehr stabil. Doch, gefällt mir gut. Also quasi so ein kleines Stativ. Das ist doch schön. Dann ist natürlich immer wichtig, wie ist eigentlich der Aufbau der Cam? Und hier, das hatte ich aber auch schon vorher geguckt, müssen natürlich alle Kriterien erfüllt sein. Und zwar muss hier so ein schöner, formbarer Ständer sein, der sozusagen ein bisschen Widerstand hat. Es ist wichtig, dass das hier so Widerstand ist, damit man die gut aufbauen kann. Weil die wird ja so auf den Monitor aufgesetzt. Und dann haben wir da die Möglichkeit, das schön zu stabilisieren. Und deswegen sollte dieses Gelenk nicht zu weich sein. Das ist ja sehr schön erfüllt. Und dann haben wir ja in letzter Zeit immer öfters dann solche wunderschönen Klappen. Jetzt habe ich die, glaube ich, zu viel aufgemacht. Genau, man kann die so hochklappen, damit für den Fall, dass ich die nicht benutze und ich Angst habe, dass ich da überwacht werde, ich kann es wahrscheinlich auch besser nach der Seite machen, kann ich dann diese Klappe aufklappen. Und das scheint ja so ein neuer Standard zu sein. Das ist okay für alle, die sich unsicher fühlen. Ein bisschen Folie haben wir auch noch, aber dafür müssen wir die Klappe wieder abmachen. Dann kommen wir da dran. Wunderbar. Und dann zeigt sich hier so eine Lackierlack-Optik. Ist nett, aber vollkommen für unsere Zwecke uninteressant, denn wir wollen ja wissen, was da drin steckt. Und ich würde sagen, dazu schließe ich sie dann einfach mal an und wir vergleichen. So, da sind wir. Ein bisschen ungewohntes Bild. Ich zeige euch mal, wie das zustande kommt. Ich blende euch kurz mal das Foto dazu ein. Also hier seht ihr, beide Camps sind auf dem Computer unter der EOS. Bis jetzt hatten wir die Aufnahmen, die wir hier gemacht haben, mit der EOS gemacht. Mit meiner schönen Kamera. Und jetzt haben wir die beiden Kameras sozusagen hier in Konkurrenz. Und man sieht hier auch schon einen kleinen Unterschied vom Bild. Ich verschiebe euch das nochmal, damit ihr das nochmal so sehen könnt. Und hier unten rechts ist die Lötet und oben ist die, keine Ahnung, No Name. Wie gesagt, ich verlinke sie euch. 2K-Kamera. Und jetzt kann man jetzt hier auch schon seine ersten Urteile selber bilden. Wie ihr seht, hinter mir ist ein Greenscreen und da wollen wir gleich dran. Und da können wir natürlich ganz leicht testen, welche der beiden Kameras eine höhere Lichtausbeute hat. Dann geht es so um Gekrissel im Greenscreen und auch nicht. Und damit wir das jetzt besser vergleichen können, ich wollte euch nur hier einfach mal das gesamte Bild zeigen. Schiebe ich die jetzt mal ein bisschen zusammen. Dann haben wir die direkt nebeneinander. Man kann das ja sehr schön über OTRS machen. Man kann hier mit der Alt-Taste dann einfach das Bild entsprechend verkleinern und hat dann ein brauchbares Ergebnis. Das gleiche machen wir hier auch. Hier oben muss ich dazu sagen, habe ich auch direkt darauf geachtet, dass jetzt hier die Full-HD, Moment, das ist der Hintergrund, den wollen wir nicht verschieben, die Full-HD-Einstellung auch konfiguriert ist. Je nachdem, wie man das OBS konfiguriert, ist das halt anders. Man kann da aber manuell eingreifen. Und ich habe jetzt hier nicht die Full-HD, sondern die 4K-Auflösung. Also die Auflösung von dem Bild links ist im Verhältnis doppelt so groß, wie die Auflösung jetzt hier von euch gesehen im Bild rechts. Ich muss gerade umdenken, ihr seht das ja genauso. Genau, also links, also Moment, jetzt muss ich genau in die andere Richtung zeigen. Das ist die 4K-Kamera und das ist die 2K-Kamera. So, und was ich ja bei der Lötet in den letzten Videos auch immer wieder bemängelt hatte, ist ja, dass wir hier in der Tat so eine Art Rotstich haben. Warte, ich schiebe uns halt nochmal ein bisschen höher, dann sieht er ein bisschen gefälliger aus. Und das Licht von der 2K-Kamera sieht, beziehungsweise nicht das Licht, sondern die Farben, sehen aus meiner Sicht ein bisschen natürlicher aus. Da kommt noch nicht so ganz an das Kennbild ran, aber das müssen wir natürlich sehen. Jetzt werden wir einfach mal, das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache, glaube ich, aber ich sehe hier schon, glaube ich, ein bisschen natürlicher aus, quasi hier auf der linken Seite, als ich das mit der Lötet sehe. Wir werden, ich werde mal, damit wir das nochmal ein bisschen noch genauer sehen können, ich werde uns das mal hier vergrößern. Und dann kann man auch schon ganz gut erahnen, wie die Unterschiede so sind von den Auflösungen. Und jetzt schiebe ich den noch da rüber. Dann haben wir doch einen ganz guten Vergleich eigentlich so. Und hier sehen wir also in der Tat, dass wir, also hier habe ich diesen Rotschich auf der rechten Seite, das ist die Lötet. Und hier haben wir bei der normalen, das geht eigentlich. Also da kommen wir ganz gut klar, ich habe hier so zwei Frontlichts, nämlich gerade ein paar Probleme da, die ich nicht unerwähnt lassen sollte. Hier in der Anleitung habe ich jetzt nichts gefunden und es steht auch nichts hier drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, es gibt ja verschiedene USB-Standards, USB 2 und USB 3, die unterscheiden sich darüber oder daran, dass diese Steckerchen hier, die da dran sind, die sind unterschiedlich eingefärbt sozusagen. Also da gibt es, normalerweise gibt es hier so einen weißen Stecker und einen blauen Stecker. Oder wie jetzt hier in dem Fall, das ist ein USB-C, in gar keine Farbe. Und an der Kamera ist ein weißer Stecker angebracht, erwartet aber einen USB 3.0, nämlich diesen blauen Port. Das müsst ihr wissen, denn ich habe die an einen weißen Port angeschlossen, also sprich USB 2.0 und da schien die Kamera nicht genug Strom zu bekommen. Sie hat angefangen zu flackern. Und da habe ich gedacht, wie kann das denn sein? Da muss ich doch mal auf die Suche gehen und habe dann festgestellt, oder habe mir schon gedacht, die bekommt nicht genug Strom. Und das ist hier dann der Fall gewesen. Und ja, das würde ich sagen, schon mal ein kleiner Manko. Die erwartet also ein USB 3.0, sagt es uns aber nicht. Das heißt, diese 2K-Kamera braucht ein bisschen mehr Strom, was grundsätzlich nicht tragisch ist. Aber die USB 3.0, USB-Steckplätze sind ja normal bei den meisten Computern rar. Da gibt es ja nicht so viel. Normal wird immer USB 2.0 unterstützt, also dieser weiße Port. Und dann kann das natürlich auch nachteilig sein. Also prüfe, bevor man sich ewig an so eine 2K-HD bindet, ob ich dann noch ein Steckerchen frei habe dafür. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Lichtausbeute. Wie gesagt, die Farbe gefällt mir da ganz gut. Also die hat auf jeden Fall schon im Verhältnis zur Lötet gewonnen. Das ist klar. Lötet leider ist sie von meiner Hitliste mittlerweile weg. Die Jolly Cam hat ja gewonnen. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Test. mit im Vergleich dieser 2K zur Jolly Cam. Nur die ist jetzt im anderen Studio. Solltet ihr das wünschen, dann gibt einfach nochmal laut. Dann mache ich in der Kommentarfunktion. Jetzt gucken wir mal wegen dem Autofokus, ob das funktioniert. So, ich sehe gerade, also hier bei der Lötet klappt es wunderbar. Autofokus ist sofort da. Das sind wir auch gewohnt. Das ist hervorragend. Bei der neuen Cam, da ist der Autofokus sehr träge. Jetzt muss ich auch echt dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob hier die mit Autofokus angegeben war oder nicht. Aber sie fokussiert zumindest, nur nicht so nah. Also das heißt, hier haben wir einen Manko, die fokussiert nicht. Also auf die Nähe, also nah, das kommt hier nicht so mit diesem Autofokus. Wobei dann natürlich die Jolly Cam, das kennen wir ja, bis auf den Rotstich ist, die leistet ihr ja vorher eine Arbeit. Aber jetzt auf der Entfernung würde ich sagen, alles scharf, gestochen, gestochen scharf, alles ist gut. Von daher kein Thema. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Filter rein. Das ist nämlich eine gute Möglichkeit zu sehen, und zwar den Chroma Key Filter. Das ist eine gute Möglichkeit zu sehen, ob wir eine gute Lichtausbeute haben oder nicht. Jetzt muss ich hier Filter gucken, dann mache ich den Chroma Key mal ein. und dann sehen wir hier schon auch wieder so ganz kleines Manko von der Lötet, dass wir da jetzt so, gerade hier sieht man das ganz gut, in der Auflösung einen eingekrisselt haben. Deswegen hatte ich ja dann irgendwann auch gesagt, ich muss die ersetzen gegen eine ordentliche Systemkamera, nämlich die Canon. Da kann ich die alles einstellen, alles wunderbar machen. Aber das hat natürlich Geld gekostet. So, und jetzt gehen wir der, guten neuen Kamera, auch mal einen Chroma Key Filter und schauen doch einfach mal mit den Standardeinstellungen, was da ist. Aha, also ich habe auch ein leichtes gekrisselt, das ist aber hier an den Haaren, das ist immer schwierig, gerade jetzt, wo wir nicht zum Friseur gehen können, wenn die Haare hier so leicht abstehen. Aber ich würde sagen, die Lichtausbeute ist doch um einiges besser. Und da versuchen wir jetzt mal, das Ganze ein bisschen rauszuzoomen, damit wir wieder etwas besseren vergleichen. Aber so nah geht ja kaum einer dran. Und das heißt, wir gucken mal, hoppala, dass wir dann auch jetzt hier das auf die entsprechende, sagen wir mal, Streaming-Entfernung einstellen. Und da kann man ganz deutlich sehen, dass hier ist der Bruch sozusagen, dass die Kamera wesentlich effektiver arbeitet. Ich muss hier nochmal ein bisschen rüberschieben. Genau. Wir haben hier nur ein leichtes Krisseln hier oben rechts in der Ecke. Da seht ihr es ja. Das liegt aber natürlich auch teilweise am Hintergrund. Wenn der Hintergrund nicht so optimal ist, dann kann man so Krisseln erzeugen. Und ihr seht, das ist hier bei beiden. Aber bei der Jollicam, da haben wir hier oben auch noch ein großes Krisselbereich. Und das ist natürlich ein Zeichen von schlechter Lichtausbeute. Grundsätzlich jetzt nicht so ein Problem. Man kann das alles so ein bisschen ausgleichen. Wenn ich jetzt mich erinnere an das Jollicam-Video, dann hat die einen Tacken schlechtere Lichtausbeute. Also nicht die Jollicam, sondern diese neue 2K. Aber kommt dem schon sehr nah. Kommt dem schon sehr nah. Und ich kann diese Filter, wie gesagt, ich kann das ein bisschen ausgleichen. Ich kann den Filter etwas einstellen. Das seht ihr jetzt nicht. Ich gebe mal einen ganz kleinen Tacken mehr Chroma Key rein. Also sprich, ich sage mal, er soll etwas empfindlicher sein. Und dann ist das Gekrissel auch schon weitgehend weg. Und so kann man sich da ran orientieren. Das Gleiche mache ich jetzt noch mal bei der Lötet. Da haben wir ja die... Wartet, kleinen Moment, ich bin wieder im falschen Bereich. Da haben wir erstmal die Farbkorrektur, die ich jetzt draufsetze. Und ich sage ihm, er soll ganz kleinen Tacken mehr filtern. Und dann sieht man, dann hat die auch schon eine gute Ausbeute. Also die Farbkorrektur, die habe ich jetzt leicht gemacht. Es ist halt, da muss man wirklich ein bisschen länger rum experimentieren. Ich mache sie noch mal. Und zwar haben wir hier, kann man mit Sättigung und so weiter arbeiten. Das ist halt, ist halt gar nicht so einfach. Nur, wenn ich schon dran rumkonfigurieren muss, dann macht das ja vielleicht gar nicht so viel Sinn. Gut, die Kamera ist gut, die hat einen Top-Autofokus, haben wir festgestellt. Das ist halt, was braucht man jetzt so für sich und was braucht man nicht für sich. Also, und das würde ich sagen, dann war es das auch schon mit dem Fazit, beziehungsweise nicht mit dem Fazit, mit dem Video. Und jetzt kriegt ihr ein kurzes Fazit. So, diese Aufnahme ist jetzt mit der neuen 2K HD Webcam gemacht und ich sage mal so, ihr sehen jetzt so eine leichte, leichte Unschärfe, aber ich vermute, das kann man wahrscheinlich noch ein bisschen korrigieren, beziehungsweise das lässt sich hier auch verkraften, weil die ist wirklich ganz leicht. Dafür ist die Lichtausbeute, wie wir ja schon gemeinsam festgestellt haben, wesentlich besser. Das heißt also, die kann durchaus auf die Empfehlungsliste für die, die ein bisschen mehr Auflösung brauchen, weil sie auch zusätzlich ein bisschen mehr Licht ausbeutet. Negativ ist tatsächlich, dass hier jetzt nicht, ich sage mal so, standardkonform mitgeteilt wird, dass diese Kamera schon ein USB 3.0 voraussetzt, kommt natürlich sicherlich aufs Endgerät an, um entsprechend genügend Strom zu bekommen. So, das war für mich schon, ich wollte es schon direkt in eine Tonne kloppen und wegschicken, habe aber gedacht, komm, lassen wir mal gucken, dass die, probiere mal am 3.0-Port und da funktioniert sie sind. Also das finde ich dann schon ein bisschen nachteilig, aber ist okay, da können wir mit leben, wir sind ja keine Korintenkacker, also von daher ist es gut. Also würde ich sagen, im Verhältnis zur Lötet hat auch diese Kamera gewonnen, im Bereich Lichtausbeute, Auflösung, im Bereich Autofokus und auch Bedienbarkeit, Bedienfreundlichkeit, weil die kommt natürlich mit einem 2.0-Anschluss aus, hat die Lötet die Naseform. Also wie ich sagen, hier einen leichten Vorteil für die 2K, weil sie einfach einfacher dann am Ende ist und man muss nicht so viel rumkonfigurieren und dann in Farben spielen. Ja, kaufen kann man beide für die Zwecke, die heute so genutzt werden. Ich verlinke sie euch natürlich beide unten in der Videobeschreibung. Habt ihr noch Fragen oder Probleme, dann schreibt die gerne auch unter das Video in die Kommentarfunktion. Mein Gott, ist das kompliziert. Ansonsten Daumen rauf und Abo nicht vergessen, denn die ein oder andere Kamera werden wir sicherlich hier noch testen. Ja, dann also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.